die schiffswerkstatt erzählen mir was du hier tust was du auch für dein langschiff brauchst mein mann und ich helfen gern wir haben ein gutes auge für solche dinge sehr schön rabenklaren rumpf ein segel und hier ach so jetzt verstehe ich kann man das drehen rabenklaren wanderlust rumpf den finde ich schon viel schöner an aus an aus ich nehme mal wieder die maus und das ist immer geil das passiert zu einem anfang des parts so jetzt habe ich überall das wanderlust zeug dran das ist ja schöner ich muss leider aufbrechen bis bald auf ein wiedersehen aber jetzt habe ich immer noch nicht die stufe 4 erreicht wo kann ich das sehen mit dem raben ich weiß es nicht mit der tastatur es macht keinen fun nee raben war faul zum scheiß ansiedlung 2 von 6 ja da kann man die quest jetzt so nicht machen und ohne kontrolle ist ja echt abfackt aber sühnen findet auch keine mehr gesammelte eierkörbe rätsel in meinem inventar lesen rätsel in meinem inventar lesen ich lese die einfach mal oh einer fehlt mir noch da das sind aber 6 für 6 ja für die restlichen 9 musst du selbst dir dienen ich meine ich habe jetzt 14 gefunden kann ja nicht so schwer sein jetzt das letzte zu finden ich muss halt nur gucken wo mein Auge anschlägt mein Auge hier unten mach ich noch gar nicht ah ich habe bei dem feuer auch noch nicht geguckt ne war da ganz hinten was eventuell also das ist die schmücken quest aber aus irgendeinem grund lässt sich dann nicht starten wenn ich sie anklick können hier noch eier sein und wo bei diesem spiel hier vielleicht ich war jetzt noch nicht komplett im dorf oder in dem bereich war ich so gar nicht jetzt kann man eigentlich auch mal starten hier wenn es geht ja war klar die brauerei kann uns nicht mehr leisten da hat wieder was geleuchtet aber ich glaube das sind keine eier andererseits wieso ach das sind die typen mit denen ich reden kann da hat was geleuchtet oder was oder täuscht das aber in den bäumen kann das ja auch sein theoretisch generell oben aber das ist schon ein deutlicher kreis wenn ich das finde ja keine ahnung warum das nicht stirbt muss der halt sterben vielleicht kriegen wir doch noch was mit diesen tipps raus glaubst zwar nicht aber wer weiß mit donnernden brüllen forme ich das land das könnten wasserfall sein denn betrittst du mich folgt bald ein fall oh den weißen ein rad es gibt mehr als nur einen sind da zwei versteckt irgendwo raubzüge reisen und mit waren zu handeln das ist doch irgendein hinweis auf ein handels posten oder schiffe ja das war das haus also richtig ich habe ja halt schon welche gefunden das ist gerade das problem und wenn man jetzt im nachhinein versucht die gedichte den den möglichen fundorten zuzuordnen kann das mehrere sein also passt dann auf mehrere sachen bei rand wie ist es nicht du siehst gut aus ja du nicht die letzten eier ey oh achso Tätowierwerkstatt brauche ich die bauern nehmen ja gut ich sag mal so die quest die sollte ja im prinzip nicht verschwinden ne was war das denn für ein lager ach die jagdhüttel die habe ich auch noch nicht gebaut die muss unbedingt mehr raubzüge machen so dann probiere ich nochmal folgendes und zwar gehe ich zu dem schmücken schmücke refner quest verfolgen warte ich muss erstmal in die nähe zeig mir was vor uns liegt also wenn du die drei punkte ach ne das leuchtet ja alles wo jemand ist mit dem ich reden kann ich habe keine ahnung warum diese quest nicht funktioniert was muss ich denn da machen ey oder vielleicht nochmal mit dem typen reden aber da sagt ja immer das gleiche oha ne doch ja tschüss ne das bringt nichts kann ich nicht auch einfach nur tanzen wieso muss ich arbeiten während die alle feiern das ist ja wieder die eine bruns torheit kann ich das trinkspiel nochmal ne mit dem sprechen ja was achso ja aber sicher es ist ja ja Schau, 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 Sch Scheiße Oh, habe ich geschafft, krass Jawohl So, was habe ich jetzt für Marken bekommen dafür 10 Festmagen und ich bin besoffen Ja, ja gut Jetzt nicht hin Boah, ist das komisch zu steuern Jetzt boxen gehen, das ist die Härte Ich weiß auch nicht, da oben geht auch nichts Die Mähthalle Die habe ich auch noch nicht gewartet Wie teuer war die jetzt? 200 Ja, wir müssen noch mal ein paar Flussraubzüge machen Und dann gehen wir Ja, wir müssen noch mal ein paar Flussraubzüge machen